Abends Er geht abends immer spazieren. Abführen Der Patient muss jeden Tag abgeführt werden. Abholen Kannst du mich bitte vom Krankenhaus abholen? Abnehmen Ich muss ihnen Blut abnehmen. Sich abputzen Bitte putzen Sie sich die Hände ab. Absetzen Er hat das Medikament abgesetzt, weil es negative Nebenwirkungen hatte. Die Abteilung Er arbeitet in der chirurgischen Abteilung. Sich abtrocknen Er hat sich nach dem Duschen abgetrocknet. Der After Der Arzt hat den After des Patienten untersucht. Aggressiv Der Patient hatte aggressive Verhaltensweisen. Die Allergie Der Patient hatte eine Allergie gegen Penicillin. Der Allgemeinzustand Der Allgemeinzustand des Patienten war stabil. Das Altenpfle-Geheim Der Patient lebt im Altenpfle-Geheim. Ambulant Der Patient wurde ambulant behandelt. Die Ambulanz Er hat die Ambulanz aufgesucht, weil er Schmerzen hatte. Der Anamnese Der Anamnesebogen Der Arzt hat den Anamnesebogen des Patienten ausgefüllt. Die Anästhesie Ich hatte eine Allergie gegen die eingesetzte Anästhesie. Anbeten Die Krankenschwester bot dem Patienten etwas zu trinken an. Die Angehörige Der Angehörige des Patienten wartete im Wartezimmer. Anheben Der Therapeut hat dem Patienten gezeigt, wie man die Arme anhebt, um die Muskeln zu stärken. Anlegen Der Arzt hat dem Patienten einen Verband angelegt, um die Wunde zu schützen. Die Anleitung Die Krankenschwester gab mir eine Anleitung, wie ich meine Medikamente einnehmen soll. Die Anordnung Der Arzt hat die Anordnung für die Medikamente des Patienten geändert. Ansprechbar Der Patient war noch ansprechbar, als er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Anstrengend Der Patient fand die Therapie anstrengend. Der Antithrombosestrumpf Der Patient trug einen Antithrombosestrumpf, um das Risiko von Blutgerinnseln zu verringern. Anziehen Kannst du mir bitte die Schuhe anziehen? Die Apotheke Die Apotheke hat das benötigte Medikament vorrätig. Applizieren Der Arzt hat das Medikament direkt auf die betroffene Stelle appliziert. Der Arzt Der Arzt Der Arzt hat den Patienten untersucht und eine Diagnose gestellt. Die Ärztin Die Ärztin hat dem Patienten Anweisungen für die Einnahme der Medikamente gegeben. Die Arztpraxis Der Patient hatte einen Termin in der Arztpraxis. Assistieren Der Pfleger hat dem Arzt bei der Behandlung des Patienten assistiert. Die Lungenkapazität Der Patient hat Atemübungen gemacht, um seine Lungenkapazität zu verbessern. Die Atemübung Die Atemübungen helfen mir, mich zu entspannen. Atmen Wenn du nicht mehr atmen kannst, solltest du sofort einen Arzt rufen. Die Aufbaukost Die Aufbaukost Der Patient hatte eine spezielle Aufbaukost, um schneller zu genesen. Aufbewahren Der Patient hat seine Medikamente sicher aufbewahrt. Der Aufenthaltsraum Der Patient hat sich im Aufenthaltsraum aufgehalten, bevor er entlassen wurde. Auf dem Medikamententablett war ein Aufkleber angebracht, mit Anweisungen für die Einnahme. Der Patient hatte eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus. Aufnehmen Aufnehmen Der Patient hat sich auf das Bett gesetzt. Aufstehen Der Patient hat sich mit Hilfe des Pflegers aufgestanden. Der Aufzug Der Aufzug ist leider außer Betrieb. Die Ausfuhr Die Ausfuhr von medizinischen Geräten ist streng reglementiert. Ausscheiden Ausscheiden Die Nieren scheiden Urin aus. Austrocknen Ich muss meine Hände austrocknen, bevor ich creme sie ein. Ausziehen Der Auswurf Ich habe einen Auswurf und fühle mich krank. Ausziehen Ich ziehe mich aus, bevor ich ins Bett gehe. Der Befund Der Arzt gab mir den Befund meiner Untersuchung. Begleiten Ich begleite meine Mutter zum Arzttermin. Begrüßen Ich begrüße meine Freunde, wenn sie zu Besuch kommen. Behandeln 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 Der Arzt behandelt meine Verletzung. Das Behandlungszimmer Ich warte im Behandlungszimmer auf den Arzt. Behilflich Kannst du bitte behilflich sein und mir das Gepäck tragen? Bei Bedarf Ich nehme das Medikament nur bei Bedarf ein. Benommen Ich fühle mich benommen und schwindelig. Der Bereitschaftsdienst Der Arzt ist im Bereitschaftsdienst. Der Bericht Ich muss einen Bericht über die Patientenversorgung schreiben. Beschäftigen Ich beschäftige mich gerade mit der Pflege von Patienten. Die Beschwerde Bitte beschreiben Sie Ihre Beschwerden genauer. Der Besuch Ich besuche meine Großmutter im Krankenhaus. Betreuen Ich betreue die Patienten während ihres Krankenhausaufenthaltes. Die Betreuung Die Betreuung in diesem Krankenhaus ist ausgezeichnet. Das Bett Ich möchte bitte mein Bett beziehen. Die Bettdecke Können Sie mir bitte eine saubere Bettdecke geben? Das Bettenlager Das Bettenlager ist für Besucher nicht zugänglich. Bettlägerig Sie ist seit Wochen bettlägerig. Die Bettruhe Die Bettruhe Die Bettruhe ist wichtig für Ihre Genesung. Die Bettwäsche Die Bettwäsche muss regelmäßig gewechselt werden. Die Bettruhe Die Bettruhe Machen Sie bitte diese Bewegungsübung. Der Bewohner Der Bewohner hat Besuch von seiner Familie. Die Bewohnerin Die Bewohnerin fühlt sich hier sehr wohl. Bewusstlos Der Patient ist bewusstlos. Die Bilanz Die Bilanz zeigt, wie erfolgreich die Behandlung war. Bilanzieren Der Arzt musste die Behandlungskosten bilanzieren. Der Blasenkatheter Der Arzt hat mir einen Blasenkatheter gelegt, um meine Blase zu entleeren. Blind Ich bin blind auf einem Auge, aber ich kann immer noch als Arzt arbeiten. Der Blutdruck Mein Blutdruck ist etwas höher als normal, aber es ist kein Grund zur Sorge. Das Blutdruckmessgerät Das Blutdruckmessgerät zeigt, dass mein Blutdruck normal ist. Bluten Der Patient blutet aus der Wunde und muss sofort behandelt werden. Die Blutgruppe Es ist wichtig, die Blutgruppe des Patienten zu kennen, bevor man Bluttransfusionen durchführt. Der Blutzucker Diabetiker Diabetiker müssen regelmäßig ihren Blutzucker messen und Insulin spritzen. Die Brille Die Brille hilft, Sehprobleme zu korrigieren und das Sehvermögen zu verbessern. Der Krankenwagen wird den Patienten ins Krankenhaus bringen. Die Bürste Ich benutze eine Bürste, um mein Haar zu kämmen. Chirurgisch Der Eingriff war chirurgisch und dauerte mehrere Stunden. Die Creme Ich benutze eine Creme, um meine Haut zu pflegen. Das CT Ich musste ein CT machen, um meine Verletzung zu diagnostizieren. Der Darm Der Darm Der Darm ist ein wichtiger Teil des Verdauungssystems. Der Defibrillator Der Defibrillator wurde verwendet, um den Herzstillstand des Patienten zu beheben. Das Dekubitusfell Das Dekubitusfell entsteht durch Druck auf die Haut. Dement Der Patient Der Patient ist dement und hat Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Die Desinfektionslösung Ich benutze eine Desinfektionslösung, um meine Hände zu reinigen. Das Desinfektionslösung Das Desinfektionslösung Das Desinfektionslösung Das Desinfektionslösung Das Desinfektionslösung Ich benutze ein Desinfektionslösung, um die Oberflächen zu reinigen. Desorientiert Der Patient ist desorientiert und hat Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Der Zustand Der Zustand Der Zustand des Patienten hat sich verbessert. Die Diagnostik Die Diagnostik ist ein wichtiger Teil der medizinischen Behandlung. Der Dienstplan Die Krankenschwester fragt nach ihrem Dienstplan für den nächsten Monat. Die Dienstzeit Meine Dienstzeit beginnt um 8 Uhr morgens. Das Dienstzimmer Ich arbeite in einem kleinen Dienstzimmer im Krankenhaus. Die Dokumentation Ich muss die Patientendaten für die Dokumentation auf dem Computer eingeben. Das Dosirairosol Ich sprühe das Dosirairosol in meine Nase, um meine Atemwege zu beruhigen. Die Drainage Nach der Operation wurde eine Drainage eingesetzt. Das Druckgeschwür Das Druckgeschwür ist eine Art von Wunde, die durch zu langes Sitzen oder Liegen entsteht. Der Druckverband Ich muss den Druckverband an der Wunde des Patienten wechseln. Durcheinander Ich bin heute Morgen ein bisschen durcheinander, weil ich zu wenig geschlafen habe. Zur Nacht Das Medikament soll zur Nacht eingenommen werden. Duschen Der Patient Der Patient darf nach der Operation noch nicht duschen. Eincremen Die Mutter Krämmte ihr Kind mit einer speziellen Lotion ein. Der Einlauf Der Patient hat heute einen Einlauf bekommen. Einnehmen Einnehmen Ich muss dieses Medikament jeden Tag einnehmen. Einreiben Die Masseurin rieb den Rücken des Kunden mit wohltuenden Ölen ein. Einsam Ich fühle mich in diesem Raum einsam. Einsetzen Der Zahnarzt hat mir ein neues Gebiss eingesetzt. Eitrig Die Wunde ist eitrig Die Wunde ist eitrig und muss behandelt werden. Das EKG Der Arzt hat ein EKG gemacht, um die Herzfunktion zu überprüfen. Die Endoskopie Die Patientin hat eine Endoskopie zur Untersuchung des Magens durchgeführt. Entlassen Der Patient wurde nach erfolgreicher Behandlung entlassen. Die Entlassung Die Entlassung des Patienten erfolgt morgen früh. Sich entzünden Die Wunde hat sich entzündet und muss behandelt werden. Sich erbrechen Das Kind hat sich mehrmals hintereinander erbrochen. Das Erstgespräch Das Erstgespräch mit dem Patienten ist wichtig, um eine Diagnose zu stellen. Die Exzikose Die Exzikose ist eine Austrocknung des Körpers. Fernsehen Ich schaue gerne fern, wenn ich krank bin. Sich festhalten Halte dich fest, wenn du stehst, um nicht zu fallen. Das Fieber Ich habe Fieber, ich fühle mich nicht gut. Die Filmtablette Ich habe eine Filmtablette genommen, damit ich die Medizin leichter schlucken kann. Fixieren Fixiere den Patienten, damit er nicht aufstehen kann. Die Flüssigkeit Ich muss die Flüssigkeit im Körper ausgleichen, um gesund zu bleiben. Die Fraktur Ich habe eine Fraktur im Bein, deshalb kann ich nicht laufen. Das Freizeitprogramm Das Freizeitprogramm im Krankenhaus ist gut, um die Patienten zu unterhalten. Der Frühdienst Ich arbeite heute Morgen im Frühdienst. Sich fühlen Ich fühle mich krank. Das Gebiss Er hatte Probleme mit dem Gebiss. Die Geduld 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 ist eine Tugend. Der Gehstock Der Gehstock Der Gehstock half ihm, sich fortzubewegen. Der Geräteraum Im Geräteraum befanden sich alle medizinischen Instrumente. Gerütet Die Haut ist gerütet. Das Gesäß Er hatte Schmerzen im Gesäß. Das Gespräch Das Gespräch Das Gespräch mit dem Arzt war sehr hilfreich. Der Gesundheitspfleger Der Gesundheitspfleger kümmerte sich um die Patienten. Die Gesundheitspflegerin Die Gesundheitspflegerin gab dem Patienten Medikamente. Der Gymnastikball Der Gymnastikball wird für Übungen verwendet. Der Haltegriff Der Haltegriff erleichterte das Aufstehen aus dem Bett. Das Handtuch Er trocknete sich mit dem Handtuch ab. Der Hahn Der Arzt versuchte, den Patienten zu heilen. Helfen Ich werde dir helfen, deine Aufgabe zu erledigen. Die Heparinspritze Der Arzt gab dem Patienten eine Heparinspritze. Die Hilfe Die Hilfe Die Hilfe des Pflegepersonals war wichtig für den Patienten. Hinlegen Der Patient legte sich hin, um zu schlafen. Hochziehen Hochziehen Ich muss mich am Arm hochziehen, um aus dem Bett zu kommen. Der Husten Mein Husten wird schlimmer, ich denke, ich brauche einen Arzt. Die Infusion Die Ärztin wird mir eine Infusion geben, damit ich mich besser fühle. Inhalieren Du solltest deine Medizin inhalieren, um deine Lungen zu öffnen. Die Insulinspritze Mein Großvater muss sich zweimal täglich Insulinspritzen geben. Die Intensivpflege Die Intensivpflege ist teuer. Die Intensivstation Der Patient wird auf die Intensivstation verlegt. Intramuskulär Der Arzt gibt ihm eine intramuskuläre Injektion. Intravenös Der Patient benötigt eine intravenöse Infusion. Jammern Er jammert immer, wenn er krank ist. Jucken Der Ausschlag juckt sehr. Der Juckreiz Der Juckreiz Der Juckreiz ist unerträglich. Der Kamm Ich benutze einen Kamm, um meine Haare zu kämmen. Kämmen Ich kämme meine Haare jeden Morgen. Die Kapsel Ich nehme die Kapsel mit Wasser ein. Der Katheter Der Arzt setzte einen Katheter für die Blutentnahme. Das Kissen Ich brauche ein Kissen, um bequem zu schlafen. Der Kissenbezug Ich wechsle den Kissenbezug jede Woche. Der Kittel Der Arzt trug einen weißen Kittel. Klagen Die Patienten klagten über Schmerzen. Klingeln Kannst du bitte klingeln nach dem Arzt? wird ? Kissenbezug Ich kann dem che